Der Hendrik hat gemeint, ich könnte auch mal eine Episode für sein Halte aufnehmen. Da habe ich gesagt, na klar, kein Problem. Und noch ist mir eingefallen, was soll ich denn überhaupt erzählen? Ah, habe mich so überlegt und überlegt und habe jetzt abends Linsen mit Spätzle gegeben, zum Abendessen. Ha, das ist halt ein Weltessen, was kriegst du das überhaupt? Und ich finde, das sollte viel mehr Leute kennen. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt erzähle ich euch mal, wie man Linsen mit Spätzle macht. Und es gibt bloß ein kleines Problem bei der Geschichte. Ich kann ja gar nicht kochen. Aber Rezept erzählen, das kriege ich gerade noch. Also, als erstes müssen wir mal die Linse einweichen lassen über Nacht. Das hat meine Oma immer gesagt. Aber unbedingt nicht, ich höre es wohl nicht. Im Zweifelsfall platze die Linse halt auf, aber ganz so schlimm ist das auch nicht. So, als nächstes nehmen wir mal super Gemüse. Also ein Zellerie, gelbe Riebe, Lauch. Das schneiden wir klein, in ganz kleine Stücke. Wirklich, also man will dann nachher keine große Brocken oder Fetze oder eine Messe drin haben. Das will man nicht. Richtig schön klein schneiden. Dann brauchen wir auch noch Zwiebeln, die auch schälen und ganz schön klein schneiden. So, dann nehmen wir mal einen Topf. Da nehmen wir Butter rein und Mehl und machen den Mehlschwitze. Also richtig schön mit dem Schneebesen, bis das so leicht braun ist. Dann hauen wir da die Zwiebel und die Speckwürfel dazu. Speckwürfel habe ich noch gar nicht gesagt. Speckwürfel brauchen wir natürlich auch. Die nehmen wir da rein und lassen die so leicht anbraten, bis die Zwiebeln so schön glasig sind. Aber gucken, dass das Mehl dann auch nicht komplett verbringt. Also lieber ein bisschen zu früh dann noch ein Gemüse, Tomatenmark und die Linse, die wir eigentlich feucht hin. Die auch noch dazu geben. Und dann warten wir so zwei, drei Minuten, lassen das leicht an den Stück ein bisschen umrühren. Und dann hauen wir einen Liter oder anderthalb Liter Brie drüber. Also Fleischbrie, Gemüsebrie, was auch so dahin. Entweder haben wir noch was Gutes gekocht oder ihr nehmt halt ein Blüferchen. Aber das darf ihr halt keinem verraten. Aber das merkt schon da keiner. So. Und das lassen wir noch eine gute halbe Stunde einfach vor sich nachkochen, bis das so richtig dick geworden ist. Ja, so richtig adikt. Das muss richtig verkocht sein. Die Linse dürfen nicht mehr fest sein. Das muss richtig so fast schon brei sein. So. Dann kommt das Wichtigste. Ein guter Schluck Essig. Da muss Essig rein. Das muss sauer sein nachher. So. Ein bisschen Salz noch dazu. Und das darf bald erst am Schluss rein. Weil sonst werde die Linse nicht so schön wahrlich, wie sie sein müssen. Dann nehmen wir mal einen Teller. Dann kommen jetzt Spätzle drauf. Spätzle wissen Sie doch, wie man sie macht, oder? Okay. Also. Dann kommen jetzt Spätzle drauf. Die Linse dazu. Und eine Pärle Seidenwürstle. Die muss man halt vorher noch im Wasser warm machen. Aber das kriegst du gar eh noch. Und dann stellt man immer noch die Flasche Essig mit auf den Tisch. Weil dann kann sich jeder noch so viel Essig nachmachen, wie er will. Weil manche mögen das saurer. Manche mögen das nicht so. Und dann kann das halt jeder machen, wie er will. Deshalb kommt die Flasche mit auf den Tisch. So. Und dann hat man Weltessen. Ich sag's euch. Das Elopischt.